Willkommen zurück bei Row Wars Im Wald Voll die Glasscherben Was gehört? Kann er da lauter sehen? Nee kann man nicht, na toll Als wäre es schon nicht schwer genug Dass die Frau wieder die nach unten schießt Ja Das heißt Klingt jetzt doch noch ganz Warte Oh So spät Nein Das Geräusch ist geil Ups Ich warte kurz Weil die Hund ist gerade öffnen Oh Habe ich sehr gemacht, die dort treten Anscheinend ja, er hat sich überrannt Ach so Verbarren Verbarren Ah Ah, er hat die Worte so, oder? Ja Ja Schade, ich habe gerade das Dünge überrannt, ne? Der ist ein Kine, ne? Du lebst Ja Was ist denn das überhaupt? Ups, ja Wenn fast doll die Dünge weg würde, was? Ah Hehehehe Ja Schade, dass ich eh nicht drüben hätte Ich bin ja Ich habe schon wieder falsch geschaut Hä? Du bist nicht tot? Ja Geht mal dort auf, ne? Achtung Fass Fass Und die Fass Ey, hau ab Da gehts nett Jetzt nicht die OneDrag schießen da Kopflose, tschau Sorry Bleib on Hehehehe Äh Mhm So Mhm, schon besser Mhm, schon besser Mhm Gott Das geht nicht darum Glückwunsch Ist das auf fies hier Ja, stimmt Das stimmt Oh Ab Was denn? Entschuldigung, ist das hier? Nein Ich hab's nicht mehr geschafft Ich hab's nicht einfacher als gedacht, aber Diese Segen, die haben schon anstrengend Kann man das was denn jetzt nicht irgendwo, äh Oh, das ist wieder so Oh ja Oh, wieso Blödes Ding Wieso flieg bist? Ne, wieso geht das immer zurück, der Typ beim Schießen Achtung Hehehehe Ja Oh Vom Fass erschlagen Oh ja Oh ja Ups Achtung Was? Warte, geh weg Oh Oh Hüter Glückwunsch Mockst du? Ja, mach ruhig Oh 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 naa Achso Die hatte ich noch nie, die Frau Das ist jetzt aber das einzige, was für die Frau gut ist Das stimmt Wieso hat der nichts da? Er hat zugeschaut, wie ist sein Kamerad? Hüter Wieso hat der nichts da? Er hat zugeschaut, wie ist sein Kamerad? Hüter 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 Wegfliegt Ah Oben ist einer Hm Ah Granaten Och scheiße Uh Ey Die ist voll durch dich durch Boah, die fliegen ja hier lang Achso Warte mal, ich will da unten, es kommt Warte mal, ich will da unten, es kommt Äh Auf anfangen Konten schlau Geh ich doch in die Luft, oder? Nein Du Ganz ruhig Ah scheiße, das war aber falsch Ja, ich hoffe jetzt zu erleben Achso Achso Röscht Boah, den hat sie böse nicht Den auch Oh Ah 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 Hey Die möt'fst du Obschow fliegen Hehehe Ich nie Huuu Ja Ja Auch Obschow fliegen Huuu Huuu Uuuu 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 Ich finde cool den Kettelzegen-Typ. Ich will Spezialangriff, oder? Ich suche, wo du drin bist. Oh, das ist halt aber lang. Ich behalten. Oh, ah, ui. Ups. Ja, brauchen wir an die Schießen, ne? Nee, nicht den Boden wegschießen. Na komm, scheiße. Oh, nein. Fass. Ein Fass. Achtung. Oh, teitschen. Ach, da haben wir uns leider oben teitschen. Okay. Ich kann auch schießen. Lass mal. Also mach das, das geht kaputt hier. Nehm du den. Will mir tun dies. Oh. Oh. Joa. Wenn wir mal nöbern, hey. Ach, die wegkommen. Jetzt ist... Aber wie viel hält denn das aus? Scheiße. Oh, tot. Was ist denn da überhaupt jetzt nur in der Bude? Oh. Was ist denn da überhaupt jetzt nur in der Bude? Ich bin da drauf. Ja, da haben wir nur in der Bude. Achso, ich war der 2 Tier. Ja, wahrscheinlich. Oder du? Weiß ich nicht. Klasse. Tutsch jetzt schon ab. ab und für ab dem ersten aus das müssen wir um die europäische leben ja mach säge jetzt zur Postenbrauch passt säge irgendwie geht da alles kaputt ja ich hab vielleicht konstruiert ach so na wo ist das leben da wo ist der typ ich behalte man bin ich halt nicht so süßiger da ist es da ist das komisch ding das ist nicht nach oben das liegt nach oben macht uns alles kaputt Achtung Feuer ja toll ich bin auch gestürzt mann ja ich bin schon So. Können wir wohl nicht aufnehmen. Na komm, scheiße! Schau doch nie! Ah ja, ist doch gut. Auf die Säge. Oder ich geh rüber. Also keine. Leben. Dann hab ich's kurz. Warte mal. Ah, der ist Säge. Ah, ich hab's auch erwischt. Ups. Ah, das heißt, ich muss einfach super Dinge erst. Ah, das Fass hat mich erwischt. Bist du tot? Ne, du lebst. Was hast du für Extras? Was? Keine Ahnung, das Goldenei wollte ich nicht. Ach so. Habe ich auch noch halt gesehen. Jo. Schön mit Schalldämpfer. Wie wird man den durch hießen? Wie wird man den durch hießen? Wie? Wer ist denn? Deh. Zeige. Schau bitte. Und weiß ich! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen rund vom Schreibtisch auf mich gefallen. was willst du runtergefallen? ja, Pinnwand, weil ich so auf dem Schreibtisch geschlagen habe naja, aufkommen ist schon mal was für ein Pinnwand? weißt du, so aus Kork was? eine Pinnwand aus Kork ach, eine Pinnwand jetzt so wie es was ist das? aah scheiß, Sägeblätter da nein ach nee ja, guck rüber wir wissen doch, wie er heißt ups ja nehm du äh, doch nicht ich hab ihn nur erwartet nur kurz, oder? na komm ich hab ja nicht gewusst, dass du jetzt hey Mensch 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 ey mhm sagst du, oder? ne 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 nehmen wir ruhig, ich mach mal, das sehe ich immer da weg also weise so wo ist er denn? ah da ist er das nächste hey wieso bist du weg gestorben ich habe es abgeschossen ja bei mir hat es zu schmerzen du zahlst mich ei 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 hei jo ja wo müssen wir jetzt hin auf wieder auf heim durch ja also uns gehe heim dann durch hey hoff ein Leben oh dort ok äh blöde auto blöde auto blöde auto blöde auto blöde auto hm scheiße ich hätte jetzt wollte sagen da oben ist blöde da ist eben geblatt ja ja das macht es nicht zu tun denn jetzt ja 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 mit blöde zusammen ja wasger ganz melanchol wow jetzt bin ich gestorben so wichtig mal die alte aber die flippen ja ich habe es gemerkt ich habe gerade ich kann da weiter hoch ooooh wir sind rechts überhaupt nicht nur material dort doch sind wir durch das haus da haben wir schon wieder nur wirst du durch jetzt sind die Leute es ist es mit der noch mal wenn du es mir wird vielleicht unser Stubik einfach gleich mal her wozu der Lorte aber ich muss jetzt den schlagen oder ja die hüpfen voll rum selbst beim schlagen hüpfte das wird wieder unser lieblingslevel ich sieg einfach nichts mehr an mir sehr geil wenn er unten wollte sehr geil ja Ach doch! Hu! Hu! Da ist er noch! Nein, ich bin auch nicht vorhin, es darf nicht wahr sein! Drei Männer in schwarz! Ah, jetzt habe ich... warte, ein falsches Ding geschaut! Bleib ruhig! Ich bin jetzt auch schon zweimal so bangen, dass ich dann auf die geschaut werde! Wenn auch alle gleich hier aussehen! Oh, das gibt es doch nicht! Boah, was ist denn jetzt? Ah, wir sind gleich im Seil! Nein! Ecke! Oh, ich habe nicht gehabt! Ah! Feiner, du nack! Da ist ein Leben! Jetzt können wir wenigstens einmal schießen auf der Seite! Mal! Ja! Bestimmt auf die andere Seite! Ach, wunderbar! Nein! Nimm ruhig! Ich weiß nicht, ob jetzt viele leben! Ist doch wüscht! Wieso fing jetzt das auch nicht vorhin einfach so? Oh! Ah, wie der Tod ist ein Scheiß! Ich muss erst die Kanonen kaputt machen! Ah, nein! Ist doch so! Klopf doch nicht auf dem Ding so rum! Ja, ich kann doch nicht rechts viel anders machen mit dem Fogel! Da rechts ist doch noch einer! Oh, das ist ein bisschen gut! Ah! Ja, genau! Klasse! Hätten wir gleich so machen können wahrscheinlich! So, das war's mit dieser Folge! Bis zur nächsten Folge! Bye! Tschüss! Bye! Na, wie heißt denn das Spiel, na? So, ähm... Brofors aus! Brofors aus! Ja, super!